Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns mal zwei neue Gameplay-Trailer anschauen werden von zwei Dino-Games, auf die ich schon sehr gespannt warte. Und wir fangen an mit Ferocious. Ganz kurz und knapp für euch zusammengefasst ist das Ganze ein Shooter auf einer mysteriösen prähistorischen Insel, auf der auch der ein oder andere Dinosaurier zu finden ist. Außerdem sind auf der Insel auch bewaffnete Söldner unterwegs und man muss halt versuchen zu überleben. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam den neuen Gameplay-Trailer an. Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining all the top action with exploration and a sense of wonder. We were always inspired by Mysterious Places Frozen in Time, that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry this setting and its unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Crying Crisis. The flexibility of the Unity Engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. Use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real world references for. So we had to improvise. I hope you guys are excited as I am. Feel free to wishlist and follow the game on Steam, as we can't wait to share more about Ferocious in the coming months. Thank you. Joach, das war doch ein ganz vielversprechender Trailer. Ich lese euch nochmal kurz den Text über das Spiel vor, der bei Steam steht. Dein Abenteuer in Ferocious beginnt nach einem Schiffsbruch im Pazifischen Ozean, als du am Strand einer tödlichen Insel wieder zu dir kommst. Als einer der wenigen Überlebenden musst du die tödlichen Zusammenstöße mit prähistorischen Kreaturen und bewaffneten Söldnern meistern. Enthülle die dunkle Wahrheit, die sich innerhalb dieser geheimnisvollen Landschaft verbirgt, während du ums Überleben kämpfst und trügerische Gebiete erkundest. Und lüfte den Schleier, der über den Geheimnissen in Ferocious, zeitloser verlorenen Weltkulisse liegt. Klingt auf jeden Fall erstmal sehr interessant und sieht auch optisch echt gut aus. Mir persönlich gefällt sehr, sehr gut, dass die Insel sehr düster und mysteriös wirkt. Da bekommt man halt wirklich schon Lust herauszufinden, was auf dieser Insel vor sich geht. Und natürlich auch die Dinosaurier-Szenen haben mir richtig gut gefallen. Das Spiel soll noch dieses Jahr rauskommen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch später wird. Falls euch das Spiel interessiert, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung schauen. Dort ist der Steam-Link zu finden. Und das nächste Spiel, für das wir uns den neuen Gameplay-Trailer anschauen werden, das ist Instinction. Bei diesem Shooter- und Action-Adventure befinden wir uns auf der Halbinsel Yucatan. Diese wird auch von lebenden Dinosauriern bevölkert und wird von Menschen einer verborgenen Zivilisation geschützt. muut, was sie sich Anschließt und hat also bearchyet. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch ein richtig guter Trailer und optisch steht das Spiel sowieso Hammer aus, aber ich würde sagen, ich lese auch hier einmal kurz vor, was bei Steam steht, damit ihr ungefähr wisst, worum es in dem Spiel geht. Erforschen sie das Tal des Grabes, eine riesige, lebendige Welt im Inneren der Halbinsel Yucatan, die von lebenden Dinosauriern bevölkert und von den Menschen einer verborgenen Zivilisation geschützt wird. Isabel oder Isabel, eine abenteuerlustige Ökologin mit einer geheimnisvollen Verbindung zum Rift, findet sich in dieser seltsamen neuen Welt voller uhrzeitlicher Gefahren und unglaublicher Schönheit wieder, in der ausgestorbene Giganten Seite an Seite mit Menschen leben. Entdecke ein uraltes Geheimnis, das im Tal begraben ist und lerne die Geschichte der Menschen kennen, die diesen Ort ihr Zuhause nennen. Während Isabel die Geschichte ihrer Familie bis ins Tal zurückverfolgt, wird sie entdecken, wie ihre eigene Vergangenheit mit den Menschen und dem Geheimnis im Herzen des Grabes verbunden ist. Enthüllen sie die verborgenen Schichten der Geschichte, die die Gegenwart immer noch prägen, während alte Konflikte wieder auftauchen und die Stabilität des Tals bedrohen. Klingt auf jeden Fall super vielversprechend und es soll auch viele Rätsel und sowas geben. Also das sieht man glaube ich auch schon ganz gut hier in dem Gameplay-Trailer. Ist alles sehr mysteriös und es passieren sehr absurde Dinge teilweise. Aber genau das finde ich auch spannend an dem Spiel. Außerdem kann man auch als Dinosaurier spielen, was ich echt cool finde. Hat man da auch schon gesehen. Und grafisch und atmosphärisch sieht das Spiel sowieso super aus. Ich mag auch sehr gerne die Unterwasserwelt, da bin ich echt gespannt drauf. Leider soll das Spiel erst 2025 erscheinen, also es ist noch eine ganze Weile hin. Aber es sieht wirklich sehr vielversprechend aus und ich freue mich sehr darauf. Und natürlich verlinke ich euch auch hier, dem unten in der Videobeschreibung. Und das waren jetzt die zwei neuen Trailer zu Ferocious und Instinction. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Ich wünsche euch noch einچer Tag. Bis dann! Vielen Dank.